Hallo, mein Name ist Frank und ich komme aus Witten und wir versuchen den fahrscheinlosen ÖPNV zu generieren. Dazu haben wir in Witten einen Antrag gestellt, dass wir schon mal probeweise an verkaufsoffenen Sonntagen den fahrscheinlosen ÖPNV probieren. Wir möchten den Personennahverkehr auf fahrscheinlos umstellen, damit die Menschen auch sorgenfreier und entspannter einkaufen können und nicht erst stundenlang nach Parkraum suchen. Und wenn jeder einen Beitrag dazu gibt, das zu finanzieren, haben wir alle was davon. Die Umwelt wird entlastet und die Städte werden sauberer.